Der Salzburger Erzbischof Franz Lackner hat an diesem Sonntag zum Fest Peter und Paul das Palium aus den Händen von Papst Franziskus empfangen. Im Gespräch mit Radio Vatikan reflektiert der österreichische Erzbischof über das Bischofsamt, die bevorstehende Familiensynode, die Fußball-WM und zunächst über die Predigt des Papstes bei der Verleihung der Palien. Franziskus riet da bei den neuen Erzbischöfen, sich nicht mit unnützem Gerede aufzuhalten, die Angst abzulegen und Jesus treu nachzufolgen. Diese Predigt hat mich wirklich zutiefst getroffen in meinem Innersten. Ich war zuweilen zu Tränen gerührt und zwar erstens einmal diese einfache Sprache, die er hat und inhaltlich einmal, mir ist es fast wie blauäugig, fragen, wovor Angst? Angst, bitte, wovor wollte sie Angst haben? Also diese Angst einmal abzulegen. Also ich denke schon, dass die Kirche in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten geschüttelt und gerüttelt worden ist und dass so eine gewisse Ängstlichkeit in uns eingekehrt ist. Jetzt denke ich wirklich zuerst an die Bischöfe, dass wir das Evangelium einfach nur mehr so zaudernd, zögernd uns den Menschen zuzusagen getrauen und dann sagen, bitte, hör mal auf mit dem, leg die Angst ab. Dann das Vertrauen, das große Vertrauen in Christus zu haben, in Jesus Christus. Wir sind nicht in eigener Mission unterwegs. Ich muss nicht das, was ich an Botschaft zu sagen habe, in schönen und schweren und was auch immer, Zeiten und Situationen, muss ich nicht von meiner Festplatte sozusagen herunterladen, sondern das will durch mich hindurch klingen. Und dieses Vertrauen, dass der Herr uns nicht allein lässt, dass er mit uns geht, dass er uns auch ausrüstet, zurüstet, dass uns in Stunden, wo wir nicht wissen, was wir sagen sollen, es uns eingegeben wird. Das sind ja Zusagen, die uns gemacht sind für unseren Dienst am Volk Gottes. Und dann dieser Aufruf, den ich sage, du folge mir nach. Also das waren so die drei Dinge, die mich wirklich berührt haben, auch zu diesem Anlass. Sprechen wir, Herr Erzbischof, über die beiden bevorstehenden Bischofssynoden zur Familienseelsorge. Sie sehen, das haben wir letztens gemeldet, Sie sehen gute Chancen für eine Weiterentwicklung im Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen. Wie kann das aussehen? Gerade unter diesem neuen Papst völlig eine neue Freiheit. Auch über die Grenzen des eigenen Verstehens hinaus oder auch des Verstehens unseres Kulturkreises hinaus zu hoffen. Ich kenne das Problem. Ich werde auch bei Visitationen, ich habe in meiner neuen Erzdiözese schon 14 Pfaden visitiert in den letzten fünf Monaten. Und ich werde damit konfrontiert und da hoffe ich, weil eben dieser Papst auch so einen neuen Schwung hineingebracht hat. Ich weiß nicht, wohin das geht oder wie das geht, aber ich weiß, es geht mit Gott. Und wenn wir durchsichtig sind auf Gott hin, wenn uns die Menschen, die uns anvertraut sind, wirklich ein Anliegen sind, ein Herzensanliegen, dass wir sagen, wir sind bereit, denen weit entgegenzugehen, dann wird da etwas gehen. Und wenn jetzt auch das Leute einmal befragt worden ist. Ich war in der Kongregation für die Synode, diese Unmengen an Material, das da verarbeitet werden muss. Also, dass da gar nichts geht, das glaube ich einfach nicht. Vielleicht ist es so, dass der Schritt weiter von irgendwo herkommt oder angestoßen wird, von der wir es nicht erwarten. Ich habe große Hoffnung, aber ich will nicht sagen, die Hoffnung muss so sein oder die muss so sein. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es zu einer Einsicht kommt, dass uns etwas geschenkt wird, dass uns ein Weg aufgezeigt wird, den man bisher auch gehen hätte können, aber vielleicht so nicht gesehen hat. Sie waren ja heute auch in der Bischofskongregation. Natürlich dürfen Sie uns nicht verraten, was Sie dort besprochen haben. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass die Gläubigen in Österreich auf eine wichtige Bischofsernennung warten, nämlich in Graz. Das zu Ihrer Kirchenprovinz gehört und wo Sie auch Weihbischof waren, bevor Sie nach Salzburg gegangen sind als Erzbischof. Können Sie schon absehen, wann mit einer römischen Entscheidung für Graz zu rechnen ist? Das war auch nicht der Gegenstand des Besuches, dass man sagt, wann jetzt endlich und so. Das würde ich auch nicht fragen. Das fragt man nicht. Es gehört dazu, wenn ein Bischof nach Rom kommt, dass er Kongregationen besucht. Ich bin hingegangen zur Bildungskongregation. Ich habe Universitätsprofessoren, die ernannt werden sollen, wo ich das Nilobstadt einholen soll. Ich war eben in der Synode und dann auch, ich meinte in der Bischofskongregation. Ich habe das ja auch dem Heiligen Vater gesagt, schon beim Adliminer-Besuch, aber auch jetzt wieder, und das habe ich auch in der Bischofskongregation gesagt. Er hat gesagt, ich bitte sehr um einen guten Bischof für die Diözese Grazeka. Ich war dort elf Jahre Weihbischof. Das war mein Anliegen, dass man hier einfach das nach Rom trägt, dass er sagt, ich glaube, dass es auch gute Leute gibt, die gewählt werden können, aber das ist nicht meine Aufgabe, hier Ratschläge zu erteilen. Wichtig ist mir, dass man auch von meinem Munde hört, dass es eine gute Lösung geben sollte. Papst Franziskus hat ja oft schon darüber gesprochen, wie ein Bischof nach seinem Herzen beschaffen ist. Er muss bescheiden sein, furchtlos, emsig, immer an der Seite seiner Herde. Er muss gemeinsam mit der Kirche ein Zeuge des Auferstandenen sein, der erste Zeuge des Auferstandenen. Er muss mit den Gläubigen gehen, er muss manchmal dem Kirchenvolk nachgehen, weil auch das Volk einen Spürsinn hat. Und er muss auch gleichzeitig mehr als die Summe seiner Tugenden sein, so sagt es Papst Franziskus. Also wenn man sich das so anhört, muss es unendlich schwer sein, einen guten Bischof zu finden. Dauert es deswegen so lang für Graz? Das weiß ich nicht. Also was hier wirklich die Gründe sind, das habe ich auch nicht gefragt. Wenn der Bischof das alles erfüllen soll, dann ist es wirklich eine Überforderung. Und ist es so groß, dass man sofort merkt, allein kann ich das nicht. Also ich denke schon, dass mit der Aufgabe auch die Gnade einhergeht. Natürlich werden gewisse Voraussetzungen gegeben sein müssen, aber dass er meint, das sind Fähigkeiten, die in erster Linie von mir geleistet werden müssen, dann glaube ich, das ist nicht so. Sondern der Bischof muss auch, und ich habe das immer wieder gemerkt in meinen bischöflichen Einsätzen, auch ein ringender Sein, ein suchender Sein, ein immer wiederum neu aufbringender Sein. Er wird auch, und das hat uns Franziskus wirklich, das ist sehr wohltuend, einer sein, der auch fallen darf. Das auch sagt, mir ist hundertmal lieber eine Kirche, die ein bisschen verbeult ist. Also das gehört auch dazu, ohne dass man von vornherein sozusagen heilig spricht, die Sünden, nein, das nicht. Aber das ist auch alles irgendwie entlastend. Ich muss das ehrlich sagen. Ich fühle zum Beispiel, obwohl ich mich, auch wenn ich an das alles denke, was ich können sollte und was ich tun muss und was nicht passieren darf, überfordert, ja, ich fühle mich überfordert, aber zugleich mit einer großen Freiheit. Große Freiheit, die er jetzt kann, lieber Gott, nur du. Erzbischof Lackner, Sie sind in der österreichischen Bischofskonferenz zuständig, unter anderem für den Sport und Sie sind auch selber ein begeisterter Fußballer. Papst Franziskus muss ja bei der Fußball-WM in Brasilien neutral bleiben. Sie müssen es nicht, Österreich spielt ja nicht mit. Welcher Nationalmannschaft wünschen Sie einen WM-Sieg? Ich muss sagen, erstens einmal, ich habe mir nicht sehr viele Spiele anschauen können. Ich bin eigentlich ein Brasilien-Fan. Der Fußball hat mir immer sehr gut gefallen. Nur diese Leichtigkeit, diese spielerische Flüssigkeit, das ist ein bisschen verloren. Sie sind ein bisschen europäisch fast geworden. Das stört mich ein wenig. Also, ja, Brasilien wird es werden, ja. Dankeschön, Erzbischof Lackner. Auch wenn man sich hier beitemte mir. Damit mir wie im Sprự Нач und dann, amerikanische Flüssigkeit, das ist eine Spiele nicht möglich. Und dann, jetzt stört mich, wenn ich mal, wenn ich hier alles in die Schule mache. Untertitelung des ZDF, 2020